Are you up to the task? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh Gott. Oh nein! Ist es das, was du willst? Mich leiden sehen. Sag einfach ja, ist schon okay. Also Hände hoch. Wer möchte mich alles fliegen, äh, gegen Dinge fliegen sehen? Und fluchen. Ah, ich habe es sehr, 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 sehr lange von mir hergeschoben. Mura macht jetzt Drachenrennen. Dadurch, dass Blizzard scheinbar alle anderen Rängen gestrichen hat, zumindest tauchen sie ja gerade nicht auf, machen wir mal weiter mit meinen Erfolgen. Und dadurch, dass ich mir die Collectors Edition gekauft habe, wie man vielleicht schon unschwer erkennen konnte, an dem Drachen, den ich versuche, gerade random aufzumounten. Der nicht kommt, weil es zu viele Drachenreiten-Mounts gibt. Ja. Ist okay. Ich steige schon so auf. Wie man an diesem Mount schon erkennen kann, dass ich mir die Collectors Edition gekauft habe. Mit diesem Mount, ja. Ist eine Quest verbunden. Das ist diese Quest hier. Und das schaltet, äh, nochmal ein Transmog-Set frei. Und Storm Races. Und was noch viel schöner ist, ich weiß, dass es neue Drachenrennen gibt in Orvis in... Da freut sich Mura. Also, ich weiß gar nichts über die Rennen. Außer, dass ich mit dem Vieh fliegen muss. So. Äh, hier ist er. Der Storm Race-Kurs. Das Problem ist, ich habe hier eine andere Verschnellerung. Speed. Man nennt es auch Speed. Äh, als bei den anderen. Fly close to the building um... Ja, genau das. Du kannst dann nicht so gut, ähm, lenken, sag ich mal, wenn du diesen Speed-Bonus aktivierst, tatsächlich. Ich habe die falsche Tanze gedrückt. Oh Gott. Oh nein. Was meinte ich damit? Ich konnte nicht lenken. Ja, und jetzt wird ich gesättet. Ich hätte halt nicht für die falsche Taste drücken sollen. Dann hätte ich am richtigen Moment den Speed-Bonus benutzt und wäre richtig geflogen. Das ist wunderschön. Was ich hier mache, ist jetzt wunderschön. Hallo. Haben sie es jetzt bestätigt, das hier? Ja, klar. Dreams, froh, bitte. ja easy gold hier war das rennen so hallo liebe storm race ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal wieder komplett falsch ja 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 Alice ist hoch konzentriert damit sie nicht in Bäume fliegt ja 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 Juhu! Gold. So, das ist Kurs Nummer 3. Ich flieg ganz komisch. Aber gut. Mal gucken wir mal. Wow! Sehr fantasievoll. Sehr fantasievoll. Nein, 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 Ich hab's doch kommen sehen. Oh, du dummes Nudelbrot. Kann man aus Nudeln Brot machen? Ich hab letztens gesehen, dass jemand diese Rahm-Nudeln genommen hat und das als Burger-Patty verkaufen wollte. Ah, da war so eine Reset-Kugel. Interesting. Ich hab vorhin gar nicht gesehen gehabt. Ja, ich habe an diesem Rennen teilgenommen. Weil ihr mich mit dem Kartoffelbrei abgelenkt habt hier, ne? Ihr seid schuld... Nein, ich bin selber schuld. Ich hätte da nicht mehr drücken dürfen. Oh mein Gott, schluck, schluck. Ich trink gleich was. Das war dumm, das war dumm, das war dumm. Wieder dumm. Ist der die gleiche Stelle, ne? Jo, ich trink gleich was. Ich hab' er es doch. Wusste es doch eigentlich. Wieso mach' ich's dann? Warum, Alex? Warum? Weiß keiner so genau, warum du das machst. Jo, ich komm' nicht mal an. Ne, 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 ne. Okay, krass. 22. August. Ich habe sehr viel zu tun. So, nach der Kurve benutzt du den Speed-Buff. Nicht davor. Tänk! Tänk! Nicht jetzt. Wollte schon wieder draufdrücken. Hätt's auch fast gesehen. Was hab' ich getan. Nein, ich bin hängengeblieben. Hast du da was hängengeblieben? Ach, nö. Warum bin ich da was hängengeblieben? Sag' doch nichts, Alex. Mura ist an einem Stein hängengeblieben. Wie war das? Ich sage, ich flieg in ne Wand. Hab' ich gemacht. Es ist so widerlich. Was hab' ich gemacht. Chack' doch weiter. Ich meine, ich bin ein Fa' ich gemacht. Wie war das? Ich bin ein Fa' ich gemacht. Ich bin ein Fa' ich gemacht. Nö. Ich bin ein Fa' ich damit. Ich bin ein Fa' ich denn mal. Ich bin ein Fa' ich damit. Ich bin ein Fa' ich dabei. Der muss man mit, was ich michuka. Ich bin ein Fa' ich damit. Ich bin ein Fa' ich dabei. Das ist mir dran. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020